Hallo zusammen, ich bin Natascha und ich mache dir als Elektroinstallateurin beim A. Lehmann Elektro AG in Herisau. Und ich bin Simon und ich mache dir als Elektroinstallateur bei der A. Lehmann Elektro AG in Herisau. Kommt doch mit, wir zeigen euch den Alltag. Am Morgen bevor ich auf die Baustelle gehe, richten ich Material. Und auf der Baustelle beginnt die Lampen oder Steckdosen zu montieren. Dazu gehören aber auch noch ganz viele andere Sachen, wie das Studieren von den Plänen oder Besprechungen mit dem Kunden oder dem Projektleiter. Mir gefällt der Beruf, weil er sehr vielseitig ist, wie innen oder draussen. Wir können im Team zusammenarbeiten und am Ende des Projekts sieht man auch, was man gearbeitet hat. Um die Lehre als Elektroinstallateur oder Elektroinstallateurin zu machen, musst du Interesse an der Technik haben, handwerklich etwas draufhaben, offen und flexibel sein und gerne an eigenen Projekten arbeiten. Das war jetzt noch ein kleiner Einblick in unseren Alltag. Wenn es dir gefallen hat und wir dieses Interesse haben wirken können, dann bewirte ich euch heute noch. Wir sind jetzt schon embaixo D bananas! Und wir können auch auf der Middle-Sagern